Der Kopfball kam zurück. Von Polster und dann Trabic. Schauen wir uns nochmal. Eckball, Polster, Kopfball und Trabic. Richtig gesehen, 1 zu 0 also für die Austria in der zweiten Spielminute. Austria-Tormann Anton Resch auf. Vielleicht ist Wulf Hart, der den Ball jetzt so gut abgewährt hat. Doch nicht ganz gut. Eckball für Bayern in Polster. Mihalic Drakitz auf der Mauer. Polster schießt! Und abgewährt von Jean-Marie Pappel. Ein herrlicher Freistoß von Toni Polster. Hier die Wiederholung. Polster und Pappel. Eder für Rummenigge. Und Wulf. Jetzt klaffen einige Löcher in der Ausgleichsverteidigung. Innerhalb kurzer Zeit hatte Karl-Heinz Rummenigge zweimal eine ganz große Möglichkeit. Völlig frei. Supermärm! Jetzt der Torschütze wieder am Ball. Kontakt steht. Nicht viel gefehlt haben. Lieber Schieber noch besser. Und die Gäste jetzt von Steinkoche war eher eine Entschuldigung an Niedersche. Hier noch einmal. Da wäre Niedersche gekommen. Sie sehen es ganz ehrlich. L'Herbé. Fehler von Wulfahrt und das Tor zählt. Das Tor zählt. Torschütze ist Wulfahrt gegen Wulfahrt. Wulfahrt gegen Wulfahrt. Schauen wir uns das noch einmal an. Das ist ein Pressball nach einem Schiff von Derby und ein Feder von Kamara. Und der Torschütze nimmt auch Roland Wulf. Ich, der mir heute gut gefällt. Lillagy. Stattgewiesel in der ersten Hälfte. Schuss von Lillagy. Etwas Rücklage wird er gehabt. Der Wulfahrt ist dann auch so hoch gestiegen. Nachtweil. War eine ganz gefährliche Situation. Wulfahrt wäre wieder da. Röster für Lillagy. Schau mal, Rieffahrt noch ein bisschen. Immerhin ein guter Schuss von Lillagy. Hier kommen wir es noch einmal. Ah ja, der hat er ein bisschen. Der Hartmann. Für Lerby. Schuss von Lerby. Baumeister. Steinkogljahr. Steinkogljahr. Für Bolster. Super Chance. Und Tor! Tor für die Austria. Hoffentlich nicht zu spät. 2 zu 1 Führung. Vorschütze. Tor für die Bolster. 2 zu 1 Führung. Und es bleibt noch um die vier 18 Minuten. Jetzt ist es noch einmal schwer. Steinkogljahr. Steinkogljahr. Da ist Bolster völlig frei. Keinerseits. Und dann hat er die Hand genommen. Aber Bolster, da werden wir anziehen. Auch Bolster, der so viel schön mitgeblieben ist, hat jetzt der Austria noch einmal ihre Chance angebracht. Und da ist Wilma. Da ist Wilma. Bolster. Schuss von Bolster. Steinkogljahr. Und das erinnert mich an die vergebene Chance im Finish. In München. Wilma. Na kein Abseits. Kein Abseits. Schwerer Finger von Thürmer. Nachtwey. Ganz einmal jetzt Nachtwey. Nachtwey auf Resch. Nachtwey auf Resch. Und das ist das zweite Tor. Das ist das zweite Tor. Selbstverständlich. Und damit ist alles los. Nachtwey stellt auf 2 zu 2 in der achtzigsten Spiele. Die Bayern freuen sich. Aus der eigenen Hälfte blitzschnell herausgekommen. Und weder Ball noch Nachtwey waren für Thürmer Resch erreichbar. Noch einmal. Die Austria wieder mit den Gedanken nur bei dieser Fehlentscheidung, wenn es überhaupt der Weg gewesen ist. Eine Abseitsstellung, aber das ist ein Tor. Und das zählt. Obwohl Dieter Hoeneß zuvor abseits war, zählt der Treffer von Rummenigge. Und damit vielleicht 3 zu 2. Der Schutzrichter geht jetzt noch zu Thürmer Resch. Aber ich glaube, er hat das Tor gegeben. Und auch hier noch 1 Punkt. Jawohl, das Tor zählt. Das Tor zählt. Das seht ihr noch einmal. Und das geht es nicht los. Naviz-Blaska und das geht10 Meter. Da ist klar. Das ist korrekt. Super Aktion der Austausch. Trabic, Ojaska und Klarenko. Allerdings das ganze 3 Minuten Vorschluss. Polster gegen Jean-Marie Paff. Der Elfer hat das 2. Tor in München erzielt. Und hier das 3. Tor zum Ausgleich für die Austria zum 3 zu 3. Und so wie in München, so sind auch in Wien 6 Tore gefallen. 4 zu 2 in München. Und 3 zu 3 in Wien. Baumeister. Steigfunk, ja. Und hat gewinnt. Steigfunk. Die bekommt die Austria wahrscheinlich noch in Form empfindlicher Geldstrafe. So spürt hier Schlusspunkt die Bayern im Titelfinale des Europaparkais. Der Landesmeister. Ende für den österreichischen Bundesminister. Stattdorf. Thamadie.